Musik So, dann hoffen wir mal, dass wirklich alle da sind Markus Okay Oh ja, jeder bewegt sich Na Gegen uns Huh? Que u é? Oh, sombra Nicht gefordert. Keine einzigen. Weg damit. Da ist der Alex in den Routen. Sorry. Kreuzbahn wieder durch. Ich stehe gar nicht mehr auf. Weg gehen. Wolltest du am Stefan spielen, Markus? Nein. Okay. Für den Stefan war es genau zu spät gewesen in dem Moment. Deswegen haben wir gedacht, super dass es zu dem gegangen ist. Besten Eisen. Okay. 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 Sie machen auf, gell? Markus. Jetzt. Ich hab's gesehen, hängen geblieben bist. Okay. 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 Oh. 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 . 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 Dannen. So war. Oh, genau. Danke. Schön. Du steckst da, ne? Schöner Pass, Hans. Kleider daneben, Björn. Mach du. Okay, ich wollte nur mal zu stehen. Ich lieg schon wieder. Ecke, ja, Ecke, Ecke. Oh, rot. Oh, rot. Okay, ich probier's, Hans, weil... Na, na, der eine... Ah, dann gelb, wer ist gelb? Jetzt ist alles gelb. Der kriegt ihn. Der Scheiß. Der bleck, 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 bleck. Also gelb ist der, na, der Tagi. Nemesis. Ja. Nemesis. Ja. Nemesis. Snakeshit. Ich wünsche, dass du hier 10 Tore kriegst. Schieße, nicht Füge. Hast du versprochen? Geh in dein Zimmer. Geh in dein Zimmer. Geh in dein Zimmer. Geh der Papa wieder, bitte, oh, ne? Das ist auch nichts. Der Papa hat geschlafen, dann hat er gepupst. Im Zimmer. Geh in dein Zimmer. Ja, ja, ja. Geh in dein Zimmer. Oh, hallo, wau. Wir haben Verrotter, oder? Hat er nicht gerochen? Hat er nicht gerochen. Bin zu offensiv. Hat schon richtig gestoppt. Na auf! Das ist auch kaputt! Ah ok, sorry! Was denn? Ach so für uns. Aber gib zu Hans, hätte ich nicht auf Whatsapp gepostet wärst du nicht ins Teamspeak gekommen, oder? Na wir sind gerade aus nach Hause. Ne, aber ich mein, du gehst immer zuerst in Pro Club rein und dann hättest du Nemesis gesehen. Deswegen muss ich das loswerden auf Whatsapp. Ja, es gibt eh bald auch ein bisschen. Na bloß noch mal ein paar Dore schießen. Ach, wie der Scheiße! Alles Gute! Jetzt geht der Y raus! Man hat doch nicht mal was gekauft! Ach so, das ist eh der Tagi. Der Tagi weiß das. Aha! Hallo! Ich glaub weißt, dass das war alles. Ja! Ja! Das ist ein Arschloch! Oh, jetzt erwischt doch dich! Ich war vorher nie vor dem Strafvorm Boss! Hä? Ich war vorher nie vor dem Strafvorm Boss! Ich war vorher nie vor dem Strafvorm Boss! Aber wir ja! Ja gut! viel verhalten, jetzt waren ja noch zwei Mann von uns, zwei haben Sechzehner. Halt da auf in der gelben Karte. Ja, wer das war? Hans, willst du mit dem rechten von da oder? Ja. Du brauchst ja sowieso. Du brauchst ja wieder eine Haarfarbe, die richtige. Ich probier's mal. Bitte, Rana. Ja, gut. Schaffst du's nicht mehr, auch noch müssen. Ich wollt... Ich wollt passen. Zu spät gedrückt. Da hab ich. Da hab ich. Bleib wieder herben, Söke. Bleib wieder herben. Ah, ist keiner gebooste mehr, ne? Oh, ist schön. Bevor ich zu dir rübergelegt habe, Hans, hatte ich drei andere Anspielstationen im Kopf. Aber dann habe ich dich gesehen. Naja, ich habe nur spekuliert dort oben. Da ging ein Licht auf. Ja. Ja. Das reicht doch nicht. Ja, gut. Ja. 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 Ja.